So, du läufst echt mit Puschen durch Apokalypse? Oh, ist ja gemütlich. Entschuldigung. Entschuldigung. Ma'am. You can't own a free spirit like that, but he chooses his friends and sticks with him. He'll stay by you now. I saw it. Visions. Huh? Uh-huh. I know what you're thinking. This old lady, she's out of her mind. But it's the chems. They give old Mama Murphy the sight. Um, yeah, I'm leaving. Oh, boy. That's it. I'm out of here. All right. I sometimes forget the folks ain't used to weird things like the sight. You go on. Was mit dir? You okay. We need help and we get a vault-dweller? What are you going to do in that stupid jumpsuit? Play to death? Ähm, also eben war ich noch nicht da. Da hattet ihr ja ganz viele tolle Freunde da draußen, die euch umbringen wollten. Das ist ja nicht, äh, okay. Äh, Mr. Long. Mr. 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 Ach, komm, okay, gut. Ich werde dir mal die Schuhe zusammenbinden. Da, hier, so, gut. Good boy, good boy. Oh, cool. Excellent. Ah, ha, 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 ha so aber das war jetzt nicht so laut wir werden jetzt da mal irgendwie wieder runter gehen ich weiß gar nicht ob ich jetzt hier runter springen will ist denn da vorne noch exit kommen wir es da geht es wahrscheinlich irgendwo aufs dach wir müssen hier so oder so nach unten von dahin ist es ja kann man jetzt hier runter springen dann lass uns mal hier runter springen haben wir hier irgendwas drin warum zeigt er mir das gar nicht mehr an so er zeigt mir nix an weil das nur kisten sind die ich kann ich auch machen okay hatte ich gar nicht gelootet außerdem haben wir hier noch so erstmal alles mitnehmen ach okay die patolle zählt dazu das ist wie ein skyrim ist ja ein bisschen gruselig hier muss ich ja mal sagen haben wir hier noch irgendwas alles leer gut dann lasst uns jetzt mal da runter springen und mal gucken ob wir durch das jetzt dadurch kommen springen auf jeden fall auf dieser seite weil das tor kriecher wohl nicht beziehungsweise bringen muss ich ja nicht werden wir eine treppe ein bisschen schade dass das so weit weg ist so habe ich nicht schon kaputt gemacht alles klar okay gut da geht es ja noch weiter runter oder nee quatsch dessen bild ich wollte gerade sagen ja jetzt müssen wir nach oben hätte ich das auch hacken können ich hätte das ding auch hacken können glaube ich jedenfalls guck mal einer box alles mitnehmen da haben wir nichts ach guck mal hier liegt ja noch einer sieht aus als hätte er den boden kaputt gemacht wie sieht denn das eigentlich mit unserem tragedingen oh fuck alter da müssen wir mal dem ganz ganz demnächst aussortieren was wir was wir wegwerfen und was wir behalten wollen weil wenn nämlich so ziemlich voll sind oder können wir vielleicht mit denen da oben ein bisschen handeln ne warte mussten ja hier lang da waren wir auch noch gar nicht drinnen hier gibt es ja auch noch was ich die lampe nicht alleine nehmen offensichtlich nicht wenn wir einmal hier sind dann kann man das auch gleich alles mitnehmen so jetzt müssen wir auf die andere seite und da springe ich nicht rüber das das riskiere ich nicht ich weiß nämlich nicht wie gut ich springen kann kann ich bei dir was ja 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 ok ja ja aha ok ok lass uns mal so hallo ladebildschirm als wenn denn da einer hingestellt hätte als wenn denn da einer hingestellt hätte krass take all jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr schnell bewegen schon komisch dass das ding an sich hier eigentlich noch steht so ich denke ich sollte das jetzt anziehen oder nein ich wollte eigentlich das anziehen warum geht das nicht so alles klar wir sollten vielleicht alles wieder rein machen aber wie geht es jetzt so 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 dass die power armor wieder komplett ist und den füllen chor auch so enter the power armor so ok jetzt kann ich da nämlich rein alles klar so das kann ich exiten dann kann man schwer lesen muss ich wirklich ganz da unten gehen so kann ich auch das so machen das hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht kann ich jetzt hier durch alles klar danger ja das sehe ich okay ich denke ich stelle mich jetzt mal hier hin ich möchte auch nicht unbedingt jetzt ich weiß überhaupt nicht wie ich damit zielen soll böse 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 ich glaube man schießt einfach so guckt wo es hingeht und dann ja die richtung war gut so kann ich mich auch hier oben hinstellen kann ich auch alle muss man gerade nachladen wo ist kommt dann noch einer ist doch nur der da munition ist der baller und sich nicht alter ich kann mich auch hier ins nicken wunderbar da ist das geil nachladen scheiße ich hätte nicht so viel munition verballern sollen alter ich hätte nicht so viel munition verballern sollen ach so genau den habe ich ja erschossen wenn zwei sich streiten alter den hat es jetzt zerrissen hier concord auf hostiles ich will jetzt die waffen nicht wechseln weil ich angst habe ich lasse die herunterfallen oder so ich will dass er mal ein bisschen näher herankommt ich will mal dass da ein bisschen näher herankommt ansonsten verballer ich nur alles ich habe gerade schon fast 100 schuss verballert das ist mega bescheuert so ich probiere mal aus wenn ich die waffe jetzt wechsel zum beispiel zu dem da das mache ich dann mit dem ob ich die jetzt in der tasche ok winter weapons minigun okay ich habe es im inventar so sneak attack sneak attack jetzt fühlen mir wirklich die pixel da hinten habe ich etwas getroffen okay ich würde ganz gerne die minigun ausrüsten die mal drehen lassen wenn das ding hier wieder herkommt wenn das ding hier mal wieder herkommt ich glaube ich werde runter gehen müssen ich muss da nah ran ansonsten bringt das gar nichts musste auf jeden fall nah ran ich will aber nicht springen ich würde jetzt runter gehen noch mal gerade looten was wir hier zu haben sowas liegt hier unten noch und das hat eine lox so wir gehen jetzt ganz nach unten und dann werden wir uns dem ding auf der straße stellen weil anders funktioniert ja nicht da muss ich auf jeden fall die power armor irgendwie nach hause bringen wo auch immer zu hause ist das weiß ich auch noch nicht so genau wir gehen hier runter wo auch immer zu hause ist ich weiß nicht ob wir bei unserem haus direkt oder woanders keine ahnung müssen wir mal gucken ich weiß auch nicht was jetzt hier mit der stadt ist so arm und bein sieht nicht mehr so gut aus das andere nehme ich an ist okay weil das der standardmäßig orange ist so nicht dass ihr euch wundert ich gucke so oft im chat ich habe den hier am controller warum ich mir sonst die minigun hier in die fresse drücke ok 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 kabel 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 ok ich hätte speichern sollen ich spreche jetzt direkt ich hier rauskomme ich sehe notfalls gleich wieder reingehen kann da hinten läuft sie ich bleibe hier auf der straße ich sehe schüttel schüttel ich musste ich muss die waffe wechseln nein 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 ich will meine wache wechseln ich will das erste mal gestorben uncool ich hätte mir viel mehr munition aufsparen sollen von oben erstmal mein pipboy und will meine eine minigun als favorit haben dann habe ich ja noch motto cocktails die will ich auch als favorit haben die machen wir mal dahin wir haben ja auch noch rack grenades die will ich auch als favorit haben und die machen wir mal dahin so ok gut wir testen das jetzt mal wie das aussieht wie ich ein molotov holten release breiten alles klar ok testen jetzt einfach mal aus wie weit war das ding werfen können das ist so wir können ja gleich neu laden wenn es in die hose geht das war doch gar nicht so schlecht aus die hat uns voll aus dem leben gekickt der scheiße hahaha weißt es war eigentlich eine ganz gute sache wenn wir irgendwo standen wo die deathclaw nicht hinkam da steht einer klopft hier klopft kann ich denn hier komme ich denn hier aufs dach wie komme ich denn da jetzt aufs dach habe ich da gar nichts aufs dach wie kam denn der andere dahin ich wollte hier ganz aufs dach shit hier haben wir noch was zu looten aber glaube ich voll ne shit ich dachte ich komme hier hoch das ist natürlich kacke ist das ja fakt ist dass die 202 kugeln hier drinnen nicht ausreichen die deathclaw zu töten was ziemlich scheiße ist vielleicht kommt sie hier nicht rein wollen wir das mal ausprobieren so ich wollte ich wollte ich wollte wo ist meine minigun wo ist meine da ist meine minigun so das sieht doch schon mal okay das ist doch schon mal besser so möchte jetzt ganz gerne noch mal so und ich möchte noch mal meine laser die ist auch leer möchte ich meine okay das ist uns jetzt das ist ein bisschen munition aber das wird was nein ich wollte meine heute meine ich habe noch eine rolle ist egal ok da ist dass er brennen lasse brennen irgendwann kriegen wir hin wo geht es hier gut holy fuck alter holy fuck ach so das sind ja das sind gegner kann ich mich überhaupt noch bewegen ich habe doch bestimmt mega voll oder inventar ach so weil ich durch den anzug mehr tragen kann nutzen wir das jetzt einfach mal aus so da ist nix aber ist schon wieder reingegangen da ist ich hoffe ich kann jetzt hier gleich ein bisschen handeln sag mal jetzt mal ein richtiges safe machen news alles klar dann spiele ich den jetzt eigentlich schon ein user ist knapp vier stunden sogar schon krass okay gut das war ja spannend okay ihr seid runter zum glück muss ich nicht wieder ganz nach oben laufen was a pretty amazing display ha ha glad you are on our side ja kein ding danke für die rückendeckung bist du ach so ich bin in der power armor ja we are not friends ja i'm on my side everyone okay you guys gonna be okay now yeah for a while anyway we can at least move something listen when we first met you said you were glad to help well you did and we owe you our lives so here it ain't much but it's the best way i can say thank you ich kann's nicht sehen ah ok uh nice ich sag mal so ich könnte hier mit den wo ist der fünfte wahrscheinlich oben ich könnte mit den fünf kann ich mit den fünf irgendwo in den schon dort aufmachen what now what happens now for the longest time mama murphy's had a vision of a place called sanctuary some old neighborhood but one we can make new again why don't you come with us yeah really use your help yes all right garvey i'm in oh that's wonderful but there's more to your destiny isn't there i've seen it and i know your pain destiny my destiny what do you mean you're a man out of time out of hope but all's not lost i can feel your son's energy he's alive i'm listening i'm listening look kid i know how i sound the sight it's weird and it ain't always clear but your son's out there and even i don't need the sight to tell you where you should start looking the great green jewel of the commonwealth diamond city the biggest settlement around okay what's in diamond city is sean there look kid i'm tired now maybe you'll bring me some chems later the site will paint a clearer picture no mama murphy we talked about this that jump it's gonna kill you oh shush preston we're all gonna die eventually we're gonna need the sight and our new friend here he's gonna need it too now let's get going sanctuary alright folks thanks to our friend here it's safe to move out we're heading for that place mama murphy knows about sanctuary it's not far she knows about it you mean she had one of her visions while she was stoned out of her guard and now you want us to just head out on another wild goose ehhh you have a better plan than mama murphy saw it oh hold on hold on was machst du da everybody just take it easy we're all in this together right so marcy you got a better idea of what we should do next was is denn deine mission anybody well then sanctuary it is let's just hope it lives up to his name come on so eigentlich ist es ganz so cool weißt du so ein freihnachter-botto ich bin ein Kampfjet wiii 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 ja guck mich nicht so doof an okay sanctuary ist doch mein ist doch meine meine nachbarschaft wo ich doch wo ich doch gestartet bin das ist zwar natürlich sehr in der ecke von der map und das ist alles dann natürlich sehr weit weg aber das ist doch ziemlich cool warte mal gibt es nicht auch schnell reisen sogar so mit sicherheit auch schnell reisen also ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem mitgehen und gucken wie das da aussieht wie die sich da niederlassen ich werde auf jeden Fall ich werde auf jeden Fall